hallo leute und willkommen zurück bei bellride ich hoffe wir schaffen es ohne jetzt aufsehen zu erregen so sieht gut aus haben wir das schon abonnieren hier brutzelt immer noch nichts so vor 60 reisen habe ich mir mitgenommen okay erst mal leute holen und dann die truppe der abgang ja den können wir wahrscheinlich noch nicht nehmen weil wir den nicht richtig gut ausgestattet haben oder so reichen den schicken wir alle mal essen okay das mit den bäumen hier weg ist ein bisschen blöd das sollte hier echt passen mit denen natürlich mit der hacke okay sind schon mal da theoretisch wir haben die aufgabe oder warum würden wir das noch einmal so die ellenor will nicht mehr so nicht haben wir jetzt alle ja denn los das passt eigentlich aber wir können es halt sehr gut zusammen verbinden wenn die da eh hinlaufen wenn die da eh hinlaufen wassals und wir haben halt das nächste dort breit das ist natürlich dazu zudem warte ruhig was war jetzt nicht so wirklich geplant Okay, gleich werden wir angekrischen. Oder auch nicht. Ach, der Hütte, der Wolf war gut. Natur. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Gott, die Damm. so die braun noch ein bisschen wo wir jetzt einen fehler machen start ja ich mache mir kam klöße also greetings and good fortune you've gathered a devoted following what's your next step will you lead this rebellion you appreciate your readiness however before anything begins we need a tall sturdy bell tower to spot approaching and down on a coin would mean the world be careful that it's getting cold around Na, ein, ein, wenn wir nicht umlaufen, mein Freund. Gut, wo sind die? Die sind noch da. Gut, schön. Hier, wo man auch immer der noch da steht. was der nicht hier einer hier ist doch ok und dann das sieht eigentlich alles gut aus auch hier würde ich lieber nicht heute den namen Das ist ein bisschen schwierig. Aber das ist ein bisschen schwierig. Wir sind auch gut. Wir sind auch gut. Stand tall und fight like hell. I'm hungry. Move, move! What? Oh ach ja das wollen das aber nicht für gefühle ok ja und hey alle haben überlebt ja gut da geht man hause dann können wir jetzt mal mit dem typen Colorado und in I think there could be something you could help me with it's a simple task good pay and even a heroic everything you could ever want ok Ja. Ja. ok dann klatschen wir den turm hin hier war er schön großflächig hier irgendwo so der mann aus und gegen das haben wir jetzt nicht ok oh Ah komm, ich will mir wohl auch mitnehmen. Okay, Wolfichkopf nicht, war schon da. Ach ja, sollte es kein Schaden sein, wenn wir den Wolf jetzt nicht mitnehmen. Hier können wir gleich unser Schild schon mal reinlegen. Kopenhägel können wir auch schon mal reinlegen. Das Gute ist, wir haben schon wieder Bronzefeile bekommen, umso weniger müssen wir selber herstellen. So, das weg, dit, 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 die da, die da, die da und die da und ich. Okay, das Essen und unser Zeug. Oh, blablabla, das ist gut. Und jetzt mal hier. Was steht denn, der wird ja schon voll. Boah, was schwankt denn der so? Gut, haben wir halt zwei als Reserve immer für uns mit. Und scheinbar gibt es jetzt Winter. Ne, komm, wir holen uns da einen nochmal raus. So, was ich jetzt noch begrüßen würde, wäre halt, dass wir mal ein paar Klamotten fertig wären. Aber wir brauchen halt dieses verdammte Eisen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hm? So, was haben wir über Eisen drin, richtig? So. So. Ah, guck mal, die steppen alles hin. Und wir wissen, unsere Ruhe. Wahrscheinlich alles hinzustimmen. Ist jetzt auch nicht unser Spaß. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, so. Wir machen heute noch ein bisschen entspannt Eisen fertig. Ganz ruhig. Was ist das? das können wir auch hier den machen und randell braucht ja okay ja das müssen wir auch noch machen also wir brauchen so oder so eine menge eisen m jetzt kommt es mal ein bisschen spät ok während die brennen schmeißen wir schon mal wieder was hinten rein damit er auch wirklich die dinger jetzt fertig macht nee ok er arbeitet wir wollen aber noch mal gut ja acht tor und reisen 1 2 3 4 5 7 8 so und wir wissen es dinge auch aufstatten den neuen in denen hätte ich jetzt auch gerne mitgenommen die können wir dann nehmen wenn der andere rück es wieso wieso kommen die denn jetzt schon und für wen haben wir was verpasst hä habt ihr das gesehen muss ich das jetzt verstehen ich meine gut wir sehen das jetzt zwar nicht aber ich sehe das die meldung nicht toll muss da die rückgewählung von denen sein und herren die in weyergraden wieso kommt jetzt schon tun muss auch noch nicht fertig beschlagene helden haben wir auch schön da schmeißen wir die mal als nächstes rein wundert mich trotzdem hat immer noch dass wir es nachher sehen warum ok er hat die trübung so brauchen wir hierfür eigentlich auch reisen wo haben wir denn jetzt hier einen der jetzt noch nichts hat toll oh da hat der nächste dann müsste es auch jemand sein ohne schild oder ich glaube schild haben wir ihn gegeben gehabt jetzt warte doch mal du brauchst du da noch mal eine waffe naja das passt schon mal aber brisco braucht eine waffe schilder schilder schilds kotzen schilder 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 du brauchst eine waffe du wirst es nicht na gut dann sortieren wir gleich wieder zusammen die leute na gut die könnte ich eh nicht entscheiden ähm ja komm, ne Denzel ich lass mal zurück so drei elf Es sind zwei! Steuereintreiber? Hä? Wo laufen die denn lang? Wieso laufen die jetzt zurück? Okay, okay. Stehe ich jetzt nicht? Okay, okay. Okay, das muss ja die Rückgewinnung sein. Steuereintreibergruppe, die ist neu. Ja, das ist neu. My backside will freeze off at this rate. Reparieren wir jetzt hier so ein Ding. Da da. Die könnt ihr eigentlich auch schon mal machen. Aber schön, davon haben wir schon mal einen. Den können wir schon mal nehmen. Gut, ich müsste jetzt als nächstes machen, die Axt. Eisen haben wir noch genug drin. Oh, keine Leinen. Dann machen wir noch ein paar Hosen fertig. So, zwei Helme haben wir schon mal. Den brauchen wir, glaube ich, nur noch diese Oberteile. Ja. Okay, Schuhe. Schön. Ne, war das Schuhe oder war das Schuhe? So, wie weit sind die jetzt hier? Alter. Die kommen wir gar nicht voran. Wir können eigentlich einmal kurz dahin tüdeln und uns noch mal Eisen holen. Das hab wir noch nicht vergassen, dass wir Ah, scheiße. Komm, die klaut keiner. Toll. Moment. So. Jetzt haben wir doch Platz. Oh nein, ich weiß, das ist Schwachsinn. Ich finde eh nichts mit viel Eisen. Naja. Ist schon spät. Ich hoffe, damit bin ich entschuldigt. Hä? Achso, die sind bestimmt da drunter jetzt. Oh Gott. Das war gerade ein Stich im Auge. Ich hoffe, die anderen waren Handschuhe. das böse ist schon wieder dunkel sodass wir nicht pennen können wegen das ärgert mich schild haben die sicher verschmolzen okay hinweg ein bisschen auch genau da steuern wie wenig die kino aus maul ich habe sie jetzt ein update Entschuldigung. Ich habe doch immer Dias reingelegt. Ich bin ja noch ewig. Okay, aber in der Dunkelsicht sehe ich die Dinger nicht richtig. Okay. Da hatten wir sie gerade. Oh, da leuchtet sie sogar noch. Nee. Das war ja gemein. Ich weiß, es ist schade, dass sie jetzt was anhat, aber... Oh, die hat auch keine Waffe? Ich glaube, sie kriegt nicht die. So, da ich jetzt keinen Bock habe, hier Brüsker zu suchen. Guck mal her, hier. Ich weiß, ich bin ein Arsch. Oh, da bist der schon. Oh, hier kriegst du auch eine gute Axt. Den kannst du erstmal noch deine Arbeiten tätigen. Wie hieß denn die Holden jetzt? Scheiße. Oh, okay. Oh, okay. Wunderbar. Ah. ja komm wir haben schon mal wir können ja zur mutter die noch ein bisschen näher entgegenkommen die zeit nehmen das sollte passen denn hier gönnt euch alle mal wir können wir mal gucken wer noch was braucht die statten sich auch aus wenn dem was fehlt aber hier fehlen schon mal zwei schuhe haben wir hier drin doch hier alle mit dem auch mit sicher sicher so ansonsten haben wir ja so machen wir zwar keine aber ich will mal gucken was wir jetzt da noch haben oder jetzt noch handschuhe haben schuhe war echt so als hätten wir auch handschuhe also hier jedenfalls nicht unseren schild sollten wir auch rechnen wollen ich sehe jetzt keine handschuhe dass es weiter oben war aber nö was was wo ist was die Das wird jetzt alle Schuhe mitgenommen haben. Oh, hier drauf nun dringend neue Hosen. Da haben wir einen. News from the Kingdom? There's always something. Okay, da bin ich ja gut. News from the Kingdom? There's always something. Ah, die haben alle dort an, okay. Folgt mir mal. Nehmen wir erstmal hier einen Scheld raus. Und los. Ich bin zu hoch. Drei, vier. Sind wir schon zu spät. Oh. Wir sind ein bisschen knapper. Scheiße. Ich hoffe, wir können die lang genug abdenken. Es damals wieder zurück. seal bist du wieder. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR ich komme schön verteilt der andere trupp ist weg ich glaube da werden wir ein paar verlieren ich Okay. Oh Oh Alter Du hast 10 Route in Niederlande gewonnen Krass Bruder, krass Wir haben keinen verloren Ja Wir sind schon ein paar krasse Dudes Wieso haben die eigentlich Nägel dabei? Kreuzeln die ein auch? Nee Hier haben wir ne Oh Die verschwimmen Wir alle ein bisschen zu schnell Hier ist auch noch einer Ich suchte den hier überhaupt einer Oh 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 Dann müssen wir hier oben welche haben Ey der klingt wie wie das einer von uns Alter haben die ersten dabei Also Verpflegung haben wir auf jeden Fall gut Gut Einen haben wir hier noch Warte Toll Ja 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 aber hast du befreit. Unser drittes Dorf, so muss das. Als nächstes machen wir den Franz-Würf. Und was auch immer der Steuer in Treiber war. Wir gucken auf jeden Fall gleich nochmal nach, was jetzt Patzto uns liefert, an Handel. Langsamer, ja. Immerhin. Langsamer war stetig. Sollten wir auch daheim machen können. Ja, so. Das sieht wirklich gut aus. Dann machen wir euch daheim. Happy, happy, das supi. Dann gehen wir jetzt schlafen. Und dann sprechen wir mit ihm. Dann machen wir jetzt mal die da. Dann machen wir jetzt nicht so viele, also da können wir gleich wieder welche holen. Hier machen wir rund auf 30. Okay. Bup, haben wir. Back. Toll. Wie viel haben wir jetzt von Rohhaut? 40. Okay. Und Leder war. Okay. Ich möchte schon. Sollten wir trotzdem nehmen. So. Na komm. Ja. Davon überhaupt. 200. Gut. Null. Null. Okay. Das ist jetzt nicht viel. gut. Also das ist jetzt nicht so. immer praktisch heute immer gebrauchen wenn wir noch dreier bezahlen geld haben wir die auch schon mal los na ja warten wir noch noch sechs und so was hier oben bitte zehn und warum haben wir so wenig fälle finde ich jetzt schon ein bisschen merkwürdig so dass ich mir auch nie so einen Tipp irgendwo hängen will mir achta okay ja also genau das schon heute auch sehr gut ja wieso stellen die eigentlich noch weiter her wenn ich schon genug drauf ach man, die auch was da war ach nee, die haben es nicht hergestellt, die haben es weiter rausgenommen ja 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 in your mouth shut if you know what is good for you ja da wohl nicht ganz kapiert was es im dorf geht greetings and good fortune wir haben es gesagt wird kannst du brille ist wieder gern ihr strengt das brot hope to these land morning friend mind the mud on the path I don't know how to thank you das hätten wir ja also unser drittes dorf jetzt nicht das überragende zeug was wir hier kriegen aber holz ist jetzt nicht verkehrt wenn wir in holz Probleme kriegen was wir leider hier und da haben werden ja있는 konnten größer einen den ersten schon noch aber jetzt erst mal nicht ja gut heute da ich meine dank dass ich dabei habe schallt morgen wieder ein und der machen wir ein paar que Опphone fertig bist du einem leute tschüss Untertitelung des ZDF, 2020